Hallo und herzlich willkommen bei THQTV von der Gamescom in Köln. Hier gibt es die nächsten Tage jede Menge Action, ein absolutes Must-Have für alle Liebhaber dieser Kategorie Space Marine. Und was dieses Spiel alles kann und was die Gamer erwartet, erzählt mir jetzt Producer Raphael. So, Raphael, bitte eine kurze Ausführung von Space Marine. Was ist neu? So, Space Marine ist ein 3rd-personen Action-Shooter, entwickelt bei Relic Entertainment in Vancouver. Das ist unser Action-Blockbuster-Take auf die 40k IP. Wir haben über 7 oder 8 Jahre Erfahrung mit dieser IP, mit Games Workshop und der Entwicklung der Dawn-of-War-Franchise, das ist ein großer Erfolg für uns. Und das ist wirklich ein Passion-Projekt. Wir wollten es in ein ganz neues Genre, wie ein Action-Game. Das ist ein bisschen ein bisschen zu tun. Das ist das all das überraschend. Das ist das Thema der FANTASY von der Space Marine, das 7-foot-tall, der in den Metall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall. Let's talk about the Single-Players. Was ist die Storyline? So, die Storyline der Space Marine ist, dass du ein Charakter von Captain Titus aus den Alter-Marinen aus dem Alter-Marinen. An Imperial-Class-Forge-World wurde durch eine große Ork-Arme ledet durch eine War-Boss. Er versucht, ihn an einen Titanen zu bekommen, eine große Warmachin. Und wenn er erfolgreich ist, dann wird ihn in den Straten von den Imperium in den Strecken. Das ist sehr schlecht für dich. Und die Imperium ist ein großer Bureaucraschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall. Und das ist wie die Storyline der Storyline wurde. Bitte erzähl uns etwas über den Kampf in diesem Spiel. Das Kampf in Space Marine ist wirklich das Herz der Unikärkste. Wir haben eine sehr breite Blende Melee und Schreie, die wirklich aus unserer Kompassion auszutauschen. Wir haben eine vollständig, 3-person-schreie-Modelle, die mit jedem 3-person-Action-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall-Warschall. Wir haben auch ein komplett, stand-alone Melee-System. Das ist die Blende der zwei Elemente, die fühlen sich sehr unikärkste. Es gibt eine unikere Pacing- und Intensität in der Kombat, die wir noch nie gesehen haben. Wir haben auch Progression, das unlocks viel Depth in der Kombat. Wir fühlen, dass das wirklich eine der Stand-Out-Features von Space Marine ist. Es wird eine sehr frische Erfahrung für die Spieler. Welche Weapons haben sie auf der Games Convention gezeigt? Was macht sie so speziell? Eine gewisse Sache, die Arbeit mit Warhammer 40,000 als IP ist, ist, dass es keine Möglichkeiten gibt, in terms von destruktive Weapons, die man kann. Wir haben das in Space Marine so viel wie möglich. Wir haben über 15 Weapons in der Game right now. Wir haben eine ganze Klasse von Weapons, called Exotics, das sind so über-powered, dass wir nur die Spieler nur die Spieler zu geben. Wir bauen diese Set-Piece Encountersen. Wir haben einen Beispiel von der Heavy Bolter Meat Grinder in der Gameplay. Super satisfying, alle wirklich lieben es. Really, die Melee ist eine wirkliche Stand-Out part. Die Weise die Chainsword kommt auf Deck, und hat diese Devastating-Attacken gegen die Enemies. Wir zeigen uns eine sehr hohe Worte von Weaponen, die wir von Working with 40k bekommen haben. Das macht es für super-satisfyingen Kombat. Mit welchen System kann ich das Spiel spielen? Wir bringen Space Marine zu den Xbox 360, Playstation 3 und PC. PC ist eine große Announcement für uns jetzt. Wir sind sehr froh, dass wir das Spiel zu bringen. Das ist sehr gut, danke. Danke.